Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Arbeiter-Siedlung am Niederrhein. Meine ersten musikalischen Eindrücke waren, wenn meine Mama beim Bügeln Operettenarien und Schlager gesungen hat. Und dann die Schule, Volksschule, zwei Kilometer entfernt. Unsere Lehrerin war gefühlte 75, typisch Nachkriegszeit. Sie trug einen Dutt, eine weiße Bluse, gestärkt und einen langen Plissi-Rock bis an die Knöchel. Manchmal war sie ihren Schlüsselbund durch die Klasse, traf aber nie. Mit 15 Jahren habe ich mir meine erste Gitarre zusammengespart. Eine Höfner-Tango-Schlachtgitarre, Perlmutt-Weiß mit F-Löchern und Cutaway. 160 Mark. Damit habe ich dann meine Lieder am Lagerfeuer begleitet. Und dann wollte ich auch mal in einer Beatband spielen. Die hieß The Savages. Ich wurde abgelehnt. Deine Stimme ist viel zu schön. Also 1972 bin ich ausgezogen aus Mamas Hotel nach Krefeld und hörte dort in einer Studentenkneipe die Whisky-geschwängerte Stimme von Ronnie Drew. Ich habe mir dann 20 Dubliner Lieder reingepfiffen. Sauf- und Rauflieder. Habe mich da mit auf die Straße gestellt mit meiner Höfner-Tango. Und siehe da, innerhalb von einer Stunde hatte ich 50 Mark im Koffer. Und da habe ich mir gedacht, das machst du jetzt öfter. Ich habe dann daran angeknüpft, bin durch ganz Deutschland als Straßenmusiker gezogen. Würzburg, Nürnberg bis runter nach Freiburg. Klappte wunderbar. Abends habe ich mich dann in eine Szene-Kneipe gestellt, zwei, drei Lieder gesungen, gesammelt, ein Bierchen getrunken. Und mich dann zum Schluss mitten reingestellt und gerufen, kann ich heute Abend bei jemandem pennen? Es hat sich immer jemand gefunden. Nach der Straßenmusik in den frühen 1980er Jahren kamen die Literaturprogramme. Eines, zwei, drei und immer mehr. Habe dann auch in den 90er Jahren des Öfteren mit Hans-Dieter Hüsch auf der Bühne gestanden. Ein ganz wunderbarer Mensch, immer wertschätzend. Und in mein Liederbuch hat er zum Schluss geschrieben, Niederrhein ist überall. Gruß und Dank an Günther Gall. Die schönste Zeit hatte ich mit dem Trio Düwelskermes. Wolfgang, Volker und ich. Und eine nette Anekdote. Wir waren irgendwo in Süddeutschland unterwegs. War schon vier, nach 7, 8 Uhr sollten wir auftreten. War noch 30 Kilometer. Und dann flog uns von dem alten Polizeibus, dreieinhalb Tonnen schwer, das linke Hinterrad weg. Wir haben es so schnell wie möglich wieder dran geschraubt. Kamen dann fünf vor acht bei der Auftrittsstätte an. Und da saßen dann sage und schreibe fünf Zuschauer. Jetzt nach 50 Jahren Bühne gibt es natürlich auch eine Jubiläums-CD. Und reist quer durch die Zeit. Und danach wird es so lange weitergehen, bis ich die Gitarre noch halten kann und G-C-D greifen kann. Und dann wird es so lange weitergehen, bis ich die Gitarre noch halten kann. Und dann wird es so lange weitergehen, bis ich die Gitarre noch halten kann. Und dann wird es so lange weitergehen, bis ich die Gitarre noch halten kann. Und dann wird es so lange weitergehen, bis ich die Gitarre noch halten kann. Und dann wird es so lange dauern. 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 Vielen Dank.